Hallo und ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Ligl Josef von der Firma Remax aus Lietzen. Heute darf ich euch eine wunderschöne Immobilie in der Gemeinde Steinach-Bürg Ortsteil Unterburg zeigen. Bei der gegenständlichen Immobilie handelt es sich um ein Fertigteilhaus, welches im Jahre 2008 errichtet wurde. Die Wohnfläche beträgt 126 Quadratmeter und die Grundstücksfläche 794 Quadratmeter. Eine ostseitige Terrasse und ein Garten mit einem Swimmingpool runden dieses wunderschöne Objekt ab. Spechneiden. Jeetsen. Die Wohnfläche beträgt 208 Quadratmeter. Diese Immobilie kann als Haupt- als auch Zweitbornsitz genutzt werden. Innerhalb von 30 bzw. 45 Minuten sind sie auf sämtlichen Skigebieten, in der Therme sowie am Golfplatz oder am Butterer See. Ich glaube, sie wohnen hier mitten im Paradies. Wenn ich Ihr Interesse geweckt habe und Sie nähere Informationen oder gar eine Besichtigung wünschen, rufen Sie einfach bei uns im RE-MAX-Büro in Lietzen an. Herzlichen Dank! Ich begrüße Sie heute aus einem lieben kleinen Garten in Hall bei Atmund. Wenn Sie Interesse an einer 60 Quadratmeter Wohnung haben, dann ruft Sie mich einfach an. Dann einer 60 Quadratmeter! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.